Achso. Achso, ja, Sonne. Pinsel. Moment, Pinsel. Wolke. Nee, warte. So, was haben wir hier? Die Wolken trüben, der Sonne scheinen und Bremsen des Windes treiben. Anfang und Ende sind sich gleich und alles auf steinernen Scheiben. Also, auf diesen Scheiben, Wolken, die die Sonne verdecken und den Wind Einhalt gebieten. Okay. Das kriegen wir ja wohl irgendwie hin. So, dem kann ich auch erstmal nicht helfen. Nein, nein, nein. Dann wollen wir mal frickeln. Anfang wie Ende ist gleich. So kann ich das denn nicht wegnehmen. Hm. Ja, ist ja gut. Ich muss wahrscheinlich erstmal nur die Steine einsetzen. Das können wir ja tun. Irgendwie erstmal so. Sonst ist die, die man dann nicht verändern kann, oder was? Oder die, die man verändern muss. Ach du Schande. Oh. Ich versteh das nicht so ganz. Hm. Hm. Ich guck wohl. Wir fangen hier einfach an. So. Oder komm. Wohl. Oh, ist das anstrengend. Ach du meine Güte. Ja. Hm. Also das sieht ziemlich richtig aus. Ich bin. Oh, ich bin bitter. Ich nehme mich zu. Ich nehme mich zu. Und dann ist das so schön. Ich nehme mich zu. Ich nehme mich zu. Ich nehme mich zu. Ich nehme mich zu. So, am Ende ist die Sonne wieder draußen. Okay, die kann man nicht ändern. Ich glaube, die kann man hier ändern, das ist möglich nicht. Ja. Okay. So, da kommen also die Wolken. So, die Wolken, die werden immer stärker. So. Also. Stärk. Die Sonne scheint aber sehr stark. So. Ich möchte betonen, ich habe dieses Spiel vorher noch nicht gespielt. Ich spiele es blind. Entweder ich habe bei Rätseln echt Glück. Oh, eine ganze Katze. Das ist grün, okay. Und lila. Das ist 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 ein Schweinchen. Das ist ein Schweinchen. Das ist lila. Das ist lila. Das ist lila. Ich bin der Schlag. Das ist lila. Ich bin der Schlag. Die Äste finden, dass mir das Holz gelangt. Ja, aber wie komme ich denn? Achso, scharfe Stimme. Oh nein, ich wollte das in der Wind. Welche Äste denn noch? Habe ich einen übersehen? Okay, da muss ich dann alles benutzen. Dann schauen wir mal. Die Windmühle muss repariert werden. Bilde die Brücke mit Hilfe der Figuren. Dann gelangst du zum letzten Gemälde. Nur die kreativsten Abenteurer erhalten Zugang dazu. Ach mal diese Herausforderung. Da ist noch irgendwas. Oh. Ja. 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 Ich weiß ja nicht mal, wozu dieser Knopf ist. Okay, vielleicht muss ich ja noch nichts machen. Gucken wir mal da. Okay, müssen wir scheinbar gleich was schnitzen. Papier. Oh. Okay, kommen wir mal von uns später hin. Weint. Nicht weint. Ah. Das Weitplan braucht noch ein Minderlein. Im letzten Spiel gab es nur einen Hasen. Da ist ein Schwecher. Das ist so. Wenn du hier warst, was für ein Ort, diese Papierseite in der Ferne, was ist das? Ein Holzblock, so ich trage ein Holzblock. Ach, da muss ich jetzt mal eine Scheine. Wie krieg ich den Hasen, deine Zunge? Hm, ja, aber ist das jetzt ein Hinweis oder was? Okay, ich muss also wahrscheinlich warten, bis er den Schlüssel in die Luft wirft. Ha! Ein Schweinchen und ein Stück Holz, sehr schön. Das war's, glaub ich, oder? Oh, nur noch ein Schweinchen. Oh, nur noch ein Schweinchen. Mein Gott, sind aber viele hier. So. Ich brauche keine Stifte oder sowas. Okay, die Idee ist nicht schlecht. Ah! Der Kopf sieht ein bisschen gruselig aus. Und dann haben wir hier mal das hier. Und dann gehen wir wieder zurück. Schauen wir uns die Sternplatte hier an. Wir machen hier das selbe Spielchen. So. Zack. Und gehen wir auch noch mal ein zurück. Und da haben wir nämlich noch eine Blut. So. Dann schauen wir noch mal. Nein, 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 nein. Wir müssen erst unschnitzen. Nein, 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 nein. Wir müssen erst unschnitzen. Wir müssen jetzt nicht hier sein. Er hat villains Liebe, die Lichtmache, die Lichtmache, die Lichtmache, die Lichtmache. Und andere von the darkness and shadow. Denn nicht alle Träume der Kinder sind glücklich. Und einige haben ein Geschenk. Der Kopf ist aus. Dann... Nee, schau' ich bin nicht raus. Ach, ich bin doch nicht raus. Nein, da bin ich auch nicht hin. Machen. Das ist so...